Wenn wir immer wieder so einen Zustand anstreben, wo alles passen soll, wie ich es vorhin gesagt habe, alles passt wunderbar, total kohärent, kaum noch Energie verbraucht und wir uns dann mit der Realität des Lebens konfrontieren, dann merkt man, den Zustand gibt es gar nicht. Wir haben ihn uns ausgedacht. Wir haben ihn Himmelreich genannt oder Paradies oder Schlaraffenland, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, da ist das Leben nicht mehr da. Wir erreichen diesen Zustand, wo alles im Hirn mal passt, wo kaum noch Energie verbraucht wird, dann wenn wir gerade gestorben sind. Und davor ist es, solange wir lebendig sind, immer so, dass uns irgendwas stört. Das heißt, es kann diesen Zustand eigentlich gar nicht geben, wo man immer zu glücklich ist. Es sei denn, und jetzt kommt es mit der Dankbarkeit, man hat das Glück im Leben, dass man genügend Probleme hatte. Immer wieder, von klein an. Immer wieder neue Probleme, immer wieder andere Probleme, aber nur solche, die man auch lösen kann. Und dann wird man einer, der sozusagen mit allen Wassern gewaschen ist oder der gelernt hat, was auch immer jetzt kommen mag. Man weiß, das kriege ich jetzt auch noch hin.